Willkommen meine Damen und Herren zu Mystica TV. Vielleicht ist es richtig und wir leben wirklich in Zeiten großer Veränderungen. Die Inka nennen diese Zeiten Pachakutec und dazu gibt es einen wirklich wunderschönen Dokumentarfilm. Jetzt habe ich den Protagonisten dieses Films hier und die Regisseurin, nämlich Anja Schmidt und Naupani Pruma. Herzlich willkommen. Es ist wirklich ein wunderschöner Film, der mich auch sehr berührt hat, der auch auf dem Cosmic Cine Film Festival sogar den ersten Preis bekommen hat. Jetzt würde mich interessieren, ihr seid ja zwei Menschen aus ganz unterschiedlichen Kulturen. Wie seid ihr euch begegnet? Ja, ich habe im 2006 den Impuls gehabt, zu einer Mutter Erde Dankeszeremonie zu gehen. Das war in Deutschland, in der Nähe von Amazil und der Impuls wurde ganz stark und ich bin dann hingereist und er hat diese Zeremonie geleitet Amazil. Und ich hatte sofort eine ganz, ganz tiefe Verbindung mit ihm und habe dann das Gefühl gehabt, nach der Zeremonie mit ihm zu sprechen, mich ihm vorzustellen und dann sagte er zu mir, schön, dass du gekommen bist, ich habe dich schon erwartet. Und da war irgendwie unsere Freundschaft besiedelt. Wir haben dann viel Zeit in der Natur verbracht danach. Er hat mich vieles gelehrt, erstmal auch über die Natur. Und er hat mir dann erzählt, dass jetzt seine eigene Bestimmung in Kraft kommt, dass er einen Trägerweg gehen wird um die Erde. Das weist er von Geburt an, wenn diese Zeit gekommen ist, diese Fascha Kutik angebrochen ist im 2007, dass er dieser Bestimmung folgen wird. Und seine Aufgabe wird sein, bei diesem Trägerweg Erkenntnisse zu sammeln für diese Zeiten. Und ich als Vennomacherin habe zu sofort reagiert, wusste, das ist etwas, was ich begleiten möchte. Und dann habe ich ihn zackhaft gefragt, ob er die Möglichkeit sieht, dass ich ihn begleiten kann mit der Kamera. Und dann sagte er zu mir, nein, also das ist gar nicht möglich, die Möglichkeit sieht er nicht. Weil das würde bedeuten für ihn, dass ein altes Tabu gebrochen wird. Und er hat immer gesagt, diese technischen Geräte, das beeinflusst den Geist, verwirrt den Geist. Und er möchte das nicht. Ah ja, und doch ist es allmählich dann zu diesem Film gekommen. Bist du schon immer wieder, vorher auch schon, in Deutschland gewesen? Oder wann war deine erste Begegnung mit Deutschland? Ja, zuerst ein Gruß auf mein Herz zu allen Menschen, die diesen Augenblick das Leben nehmen, zu mitteilen, was wir sprechen, was unsere Herzen mitteilen. Und von allen diesen Augenblick, bevor wir sprechen, müsste Vater Sonne, das uns führt und Mutter Erde, diese Kraft der Wege zu danken. Und damit so in dieser Art wie ich bin, sie ausdrückt. Und jetzt nach dieser Art danken, müsste ich Ihnen antworten. Ja, ich war mehrere Mal in Deutschland, in Europa. Und ich bin vor vielen Jahren eingeladen und in mehrere Länder auch. Und da habe ich auch von Südamerika selbst Projekte, dass ich hier meine Visionen zum Erfüllen kommen sollte. Und Deutschland war ein Land, das ich in einer Zeremonie gesehen habe. Weil, für meine Vision, Deutschland ist das Zentrum der Vernunft von diesem Ort, des Planeten. Als Zentrum der Vernunft wird von hier. Wenn hier etwas ändert, ändert sich in der ganze Europa. Es ist so wie, kann man es so ausdrücken, das Herz der Vernunft. Und hier funktioniert alles. Ja. Vielleicht auch durch die Vergangenheit, die ja alles andere als schön war in Deutschland. Ist jetzt so eine Art Ausgleich, der vielleicht geschehen könnte, sollte? Wenn wir so sehen, wir sehen andere, zum Beispiel der Planet ist etwas lebendig, so wie wir gerade. Die Erde hat Gefühle, die Erde hat Organe, die Erde hat auch Teile, so wie wir. Und auf dem ganzen Planet, wenn wir betrachten Europa, oder wenn ich betrachte Europa, ist es ein Zentrum, und sein Zentrum ist Deutschland. Hier wird das Potenzial von der Vernunft rausgestrahlt. Es hängt ab, wie die Menschen diese Energie nehmen. Können was Tolles mit der Vernunft machen, was verbindet ist, oder was Trend ist. Dass die Menschen Trennung bringen und Katastrophen und Krieg. Diese Macht, diese Kraft entscheidet die Menschen. Weil wir sind diese Energie, das Tun, das Wandel, das Schaffen. Und die Menschen, das in Deutschland geboren, wenn wir überlegen, haben viele Reiche. Große Künstler, große Wissenschaftler, Menschen mit großem Herd, was zu tun. Aber es entscheidet, wie die Menschen die Energie in sich selber tragen. Welche Richtung geben diese Energie. Und ich bin zu diesem Zentrum, wie eine Zelle, eine Neurone, da zu kommen, mein Schicksal, um diese Aufgabe zu erfüllen. Und zu suchen auch ein Mensch, das diese Aufgabe mitmachen kann. Und die Aufgabe war, wie sie gesehen haben, am Ende so viel zu lernen und eine Botschaft zu teilen für diese zwei Zeiten. Sehr wunderbar, wenn man auch wirklich voneinander lernen kann. Ja, nun ist die deutsche Anja Schmidt auf dich zugekommen und wollte diesen Film machen. Anfangs war es für dich, du wolltest es nicht. Was hat deine Meinung geändert? Was hat dich erfüllen lassen? Okay, lasst uns doch diesen Film machen. Ja. Es war so, in meinem Fall, ich musste viel noch lernen. Und ich lerne noch, deswegen sehe ich immer weiß. Weiß bedeutet, ich bin bereit zu lernen, das Licht, das Leben, das Licht, die Sonne, deswegen die weiße Farbe. Und ich habe damals viel zu lernen, wie die Kultur in Europa ist, alle Aspekte des Lebens, das, was ich nicht kenne von Südamerika, als Mann, als Junge, als ein Mensch, das neugierig für das alles ist, damit ich sprechen kann mit den Leuten hier. Und erst, aber gleichzeitig habe ich gesehen, dass es sehr schwer ist, diese zwei verschiedene Welten irgendwie in mich zu integrieren zu können. Und als diese Sachen mit den Filmen, alles kam in das Leben, ich hatte, ich vermeide Fotos immer. Und ich vermeide viele Sachen, was ich kann, die Sprache, irgendwie Maschinerei oder die Fotos. Und plötzlich war diese Aufgabe. Und dann, weil ich sie gesehen habe, eine Vision, habe mit ihr Kontakt gehabt. Und dann habe sie erzählt und sie hat mich schon gefragt, ob sie da drehen könnte. In einer Vision, noch bevor du ihr persönlich begegnet bist. Ja. Und dann habe ich gesagt nein, weil schon andere Firmen machen, auch nein gesagt habe, weil ich das nicht mit der Maschine, wegen vielen Gründen unserer Tradition. Aber danach, kurz vorgehen, zwei Wochen vorgehen, zu meinem Land und diese Aufgabe zu anfangen, habe ich eine Zeremonie gemacht. Und dann, die Natur hat gesprochen. Und die Natur, Mutter Erde, der Geister Erde hat mir gesagt, Pachamama, ja, eine Frau kann das erfüllen. Und dann sehe ich sein Gesicht, damals kannte ich gar nichts von Filmen. Nur, ich musste vermeiden, weil es so viel Schwierigkeit dabei ist, nicht leicht mit der Kreativität zusammen zu sich auszudrücken. Verschiedene Art Kreativität. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, du kannst das machen. Aber ich hatte keine Ahnung von Filmen, wie das alles ist. Das habe ich mit dem Weg gelernt, wie das alles überhaupt läuft. Und dann seid ja sozusagen dieses Abenteuer eingegangen und seit mehrere Jahre gereist. Ist das richtig? Wie fing das an? Wie fing die ersten Dreharbeiten an? Ja. 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 Ja, ja ... Ja. kein Plan, es hat sich viel aus dem Moment heraus ergeben. Er hat gespürt, wo es hingeht, ich habe gespürt, es ist für mich stimmig und so hat sich einfach vieles immer wieder ganz spontan ergeben. Es haben sich auch die Tiere ganz spontan gezeigt, die mitwirken wollten in den Filmen, auch die Menschen, auch die Begegnungen. Und das hat mir, würde ich sagen, das war für mich als Mensch aus einer Kultur, der so vermunscht geprägt ist und immer alles voraus schon fixiert sein muss und wir alles vorher wissen müssen, war das eine ganz wundersame Erfahrung, mit Vertrauen zu kommen, mit diesem Projekt und dann aber auch zu übertragen in mein Leben, über dieses Projekt zu machen. Und was war das für eine Pilgerreise? Ich habe gehört eben, dass du schon als Kind die Vision hattest, diese Pilgerreise zu tun. Was war die besondere Aufgabe dieser Reise? Ja, es war so, dass ich seit Kind Visionen sehe. Zuerst dachte ich, sie sind Träume. Aber die Träume wurden wahrhaftig. Danach manifestiert sie am nächsten Tag oder am nächsten Wochen. Viele Sachen. Und danach habe ich gesehen, schon ein lebendiger Traum, dass es eine Vision ist. Und nicht mehr nur über mich oder was es getan wurde an den vorigen Tagen, sondern über die ganze Welt. Und so war meine Art zu lernen, kann man sagen. Und in dieser Vision, durch die Verbindung mit der Sonne, ein altes Oberwissen für das Meditieren, habe ich mit der Sonne Unterhalt und der Sonne spricht immer, was zu tun ist. Konntest du darüber auch mit Freunden und mit anderen Menschen schon sprechen oder war das erstmal wirklich eine eigene Erfahrung? Nein, es war immer privat und ungeheimnisvoll. Ich konnte niemandem erzählen und ich habe niemandem erzählt, weil ich immer der Sonne selbst sage, es ist besser für mich zu bewahren. Weil sonst kommen zu uns ein bisschen lächerlich und die glauben das nicht. Oder meine Lange sehr katholisch und sehr in eine andere Tradition geprägt. Und das ist nicht so leicht für ein Mensch, so wie ich, so zu leben mit der Tradition. Wir sind viel gezwungen. Wir sind gezwungen, unsere Kultur nicht mehr mitzumachen. Unsere Glauben, unsere Sprache, alles ist gezwungen, nicht zu mitmachen oder zu haben. Und das alles ist für mich ein Vorteil, wenn ich nicht erzähle oder wenn ich in dem Moment, wo die richtige Person ist, dann zu teilen. Und so hatte ich die Vision. Ich habe gesehen, die Erde und ein Weg und die Erde. Und diese Weg, es war wie eine Alp, also Form. Und fängt in Südamerika und geht um die Ozean und geht ganzes bis Asien, Afrika, Europa, Zentrumerika und dann Südamerika. Da habe ich gesehen, diese Form und die Erde. So rund um die Erde, aber die hat eine Form, auch eine Figur, eine Geometrie, so wie Alpha. Und dieser Name, ein Weg, heißt Intinyang, heißt der Sonnenweg. Und dieser Weg sollte eines Tages machen. Und zuerst hatte für das Ganze alles, was ich in mir hatte, immer wie manchmal wieder stand, weil es war nicht leicht. Es ist sehr schwer, für mich zu verstehen, dass ich sollte das alles machen, zuerst, weil es eine große Verantwortung ist, eine Tradition zu behalten, wo es nicht mehr gibt. Oder besser gesagt, wo es kaum mehr gibt. Du bist ja Inka-Schamane und da gibt es gar nicht mehr viele auf der Erde. Ja, ich werde anderes nennen, nicht Schamane, weil Schamane ist ein Wort von der Asienkultur und auch nicht so Inka, sondern ich folge einen Weg. Und diesen Weg habe ich gefolgt durch meine eigenen Visionen, durch das, was die Sonne und die Mutter Erde mir sagt, was ich soll tun und was ich soll lernen. Und das ist der Weg der Sonnenpriester. Auf eine Tradition von der Inka-Kultur. Und das folge ich. Und das ist eine Tradition, dass in der früheren Zeit Menschen, die diese Priesterart der Sonnenpriester machen wollten, haben so diese Weg gegangen. Zum Beispiel niemals Alkohol, niemals Rauche, keine Familie, keine Kinder und viel Fasten. Und von allen viel in diese Energie, das Verbinden der Erde und der Sonne verbinden. Das ist nur der Anfang und so lebe ich. Und das zum Beispiel, wenn ich das gesehen habe, in der Vision war es sehr schwer, mich zu vorstellen, dass ich so das Leben lang leben konnte. Und eines Tages habe ich, schon wenn ich das alles gemacht habe, habe ich bekommen die Aufgabe meines Lebens. Und dann waren es drei Aufgaben. Ich musste eine große Aufgabe machen für die Erde, für die Mutter Erde. Und dann für meine Freunde oder mein Volk oder meine Familie. Und dann eine dritte für mich selber. Und der erste war diese Pilgerweg. Und wo ich suche Lösungen auf diese Wandelzeit, was können wir machen für die Erde. Ich in meinem Fall als Indigenen oder Indianer aus Südamerika. Und habe das gemacht. Und dann eine Lösung gefunden und das war der Film Ende. Das zweite ist auch so etwas, wieder eine Aufgabe. Wir verbinden immer die Aufgabe mit einem Pilgerweg. Weil eine Aufgabe ist, etwas zu suchen und etwas zu finden. Und das zweite war die Pilgerweg über den ganzen Kontinenten Amerika. Zu Chile bis Norden. Und dann bin ich, ich bin gekommen bis Nord Mexiko. Weiter konnte ich wegen der Vision und so weiter. Aber meine Gruppe, die Menschen, die mitgekommen sind, sind weiter. Nach den USA und nach Kanada. Und da haben wir alle zusammen, auf dem selben Tag eine Zeremonie gemacht. Das war das zweite. Und das zweite hat zu tun mit den Menschen. Mit meinen eigenen Freunden, eigenen Stämmen, alle Stämmen, was in Südamerika und Zentralamerika leben. Viele Freunde dort habe ich. Und das habe ich mit denen ausgemacht. Für denen, für unser Schicksal zu beten. Und vor kurzem habe ich die dritte. Und die dritte habe ich für mich selber gemacht. Und mein eigenes Leben wieder zu fragen, Vater Sonne, ist es okay so? Habe ich schon erfüllt, meine Bestimmung der Natur. Und dann bin ich wieder gelaufen. Aber dieses Mal alleine, ohne einen Zähne, Sonnegel oder etwas. Von dem Amazonischen Regenball, Ecuador, über die Bergenkette, bis Peru, Ticacacin. Obwohl das der kleinste Weg war. Und die kurseste Zeit. Trotzdem, für mich war das der schwerste Fass. Persönlich tief. Ja, das war intensiv. Ich habe, ich dachte, um die Erde drei Jahre zu laufen, es war genug. Dann dachte ich später, der ganze Kontinent durchlaufen, über neun Monate, war auch genug und auch schwer. Und mit dem Rucksack von allen, alles zu tragen und es war schwer. Aber dieses Kleine habe erfahren, den eigenen Weg zu gehen. Sich selber zu sehen nochmal. Und sich selber zu aufräumen, was nicht im Gebrauch wird, vor diesem Weg in das Wachstum. Es war sehr schwer. Ja. In der spirituellen. Ja. In der physischen war es schwer, weil einmal bin ich verlaufen, 5000 Meter ungefähr, der Nebel kamen und dann finde ich nicht mehr den Weg. Und dann war schon an der Spitze dieses Werken, Okongate da in Peru und dann war es für mich sehr schwer. Sehr kalt, nass, alleine. Das war auch eine sehr starke Beziehung mit mir selbst. Ganz alleine, weil immer waren Leute. In der ersten Pilgerweg, in der zweiten Pilgerweg. In der dritten, die Bestimmung des Vaters und es sagt, ich muss alleine diese begehen. Und das war doppelintensiv, weil ich mir selber nur erzähle. Sehr berührend. Ja, also es gibt ja auch den Jakobsweg, es gibt auch das Pilgern im christlichen Kulturkreis. Das würde ich gerne noch etwas mehr verstehen. Was ist das Besondere, wenn ich pilgere, wenn ich durchlaufe, wenn mir vielleicht, ich sage mal, Erfahrungen erarbeite? Wie ging es dir dabei? Du bist ja sozusagen im Grunde immer wieder mitgepilgert. Was hat das sein, wie hat es dich verändert, diese Reisen mitzumachen? Die Reise hat mein Leben verändert, auf jeden Fall. Ich würde die Reise nicht nur definieren, auch die physische Reise, die wirklich stark durchfunden hat. Also das Projekt hat einen Lauf genommen von insgesamt drei Jahren. Und das war, da waren Reisen drin, aber die Reise selbst ging jetzt auch nicht drei Jahre. Das war auch immer wieder unterbrochen. Er ist auch alleine gepilgert. Ich war nicht immer dabei. Trotz alledem würde ich mal sagen, es war für mich auch eine dreijährige Pilgerreise, innen und außen. Ich bin mit ganz vielen Themen in Beführung gekommen, die mich als Mensch ausmachen. Also so wie man auch wirklich einen klassischen Pilgerweg, glaube ich, entfinden würde. Ich habe viele, wie soll ich sagen, auch Herzensthemen, die sich verarbeitet waren. Themen mit der Familie aus der Vergangenheit. Also im Grunde, vieles, was in dem Film passiert ist, die Heilung der Vergangenheit, habe ich auch weglaufen. Also diese drei Jahre war wirklich eine starke Konfrontation mit der Vergangenheit und mit dem das war. Und was halt passiert bei so einem Pilgerweg, das kommt erst mal ins Bewusstsein. Es muss auch ins Bewusstsein kommen. Es muss fühlbar werden. Es muss spürbar werden. Es kamen auch Schmerzen. Es kamen Verletzungen. Und dann kam eben auch der Weg in die Transformation. Das hat sich dann auch vieles geheilt. Also ich habe gemerkt, auch in dem Moment, wo es bewusst wird und wo wir es spüren und wo wir es vergeben können, findet ein Annehmen statt. Und Annehmen heißt loslassen. Und das habe ich wirklich gelernt in diesem Film, dieses Annehmen, dieses Hinschauen. Und das ist auch das, was mit seiner Kultur passiert, weil es wurde sehr, sehr lange, wurde es ganz tief weggesteppt. Auch innerhalb der eigenen Kultur. Der Schmerz wurde nicht angenommen, nicht angeschaut. Und in dem Moment, wo wir ihn anschauen, wo wir ihn erlauben, geschieht schon sowas. Das ist ein Annehmen, das können geschehen. Und so habe ich das auch in meinem eigenen Leben erlebt. Eine der für mich zentralen Aussagen des Films ist ja auch, wo du sagst, wir müssen die Erde heilen. Wie können wir das tun, indem wir uns Menschen heilen? Und wie können wir das tun, indem wir unsere Vergangenheit heilen? Es war für mich auch sehr berührend, bei der Filmvorführung im Cosmix, in dem Filmfestival zu sein. Weil auch da wart ihr beide schon anwesend. Und du hast jedes Mal auch ein Ritual gemacht für alle Gäste. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, viele der Zuseher sind sich dann auch bewusst geworden. Wir alle müssen uns noch mehr der Vergangenheit bewusst werden, um sie zu heilen. Also jetzt weniger sich immer wieder an die Schrecken und Gräueltaten zu erinnern. Aber würdest du auch sagen, da ist noch ein Stück weit Arbeit nötig für uns Deutsche? Schwere Frage. Also ich glaube, das ist ein Thema, das würde ich jetzt nicht bewusst angehen. Ich glaube ganz bestimmt, dass wir alle in gewisser Weise Eintasten tragen. Energien, die nicht erlöst sind von unseren Vorgängern, von Vorgängergenerationen, von den Eltern. Die werden einfach weiter transportiert. Was ich wahrnehme, ist, dass jetzt in dieser Zeit des Wandels bevor es umgegangen ist, auf den Nullpunkt zu laufen. Wir sind, viele von uns sind die Nächsten in dieser ganz langen Ahnungshutte. Und es wird immer weiter transportiert an den Nächsten. Und jetzt ist es an uns in dieser Zeit des Wandels, alles was sich angesammelt hat, in uns auch mit zu wandeln. Das geschieht jetzt nicht unbedingt bewusst. Da sind viele Dinge, glaube ich, in unserem Energiefeld, da sind wir uns nicht drüber bewusst. Vieles, was uns belastet, was gar nicht unser eigenes ist. Das lässt sich auch nie so ganz deutlich klären. Wenn man mich jetzt fragt, wie wandle ich das, dann würde ich sagen, ich vertraue einfach, also in dem Maße, wie ich vertraue in die Führung, dass ich gefühlt werde in dieser Zeit des Wandels, in dem Maße bekomme ich die Hilfe, die ich brauche, um Dinge in die Wandlung zu bringen. Also ich habe gespürt, wenn ich Ja sage zu dem Wandel, braucht diese Entscheidung, dann passiert eine großartige Führung. Was auch immer es für den Einzelnen braucht. Also der eine braucht eben diese Art von Seminar, der andere braucht einen Pilgerweg. Aber sobald ich dieses Ja gegeben habe, diesen Wandel zu vollziehen in mir, kommt automatisch, setzt sich etwas in Gang in mir, meine eigene Führung. Und das war so meine Erfahrung. Viele sagen ja auch, wir leben in einer wirklich intensiven Wendezeit. Viele indigene Völker sind sich da auch einig. Was würdest du sagen, ob Hany Poma hilft uns Menschen, diesen Wandel leichter zu vollführen? Also Anja hat ja schon ein bisschen was darüber erzählt. Ja, ich werde etwas noch dazu sagen, was Frau Schmidt gerade uns mitgeteilt hat. Ester, dieses Ort, wie gesagt, Deutschland ist das Zentrum der Vernunft. Und da ist schon ein Vorteil, wenn man hier etwas tut, dass man dieses wie ein Zentrum, ein Neuronenzentrum, wo alles wieder später mitmachen muss. Ester, es weiter, Deutschland hat ein englisches Schicksal gehabt. Deutschland hat auch erlebt, was bedeutet, eine voll, der andere voll unterdrücken oder vernichten. Und dieses Bewusstsein heute, der voll von heute, ist es bereit, sich zu sagen, ja, wir haben das gelöst. Das war eine Lehre von uns, diese Tat und alles überhaupt, was hier in Deutschland passiert. Und wir sind, kann man so sagen, einen Schritt weitergegangen mit der Erfahrung, um heute zu sagen oder zu erleben, was ist Frieden? Was ist Liebe von den anderen Menschen? Weil wenn wir ja nicht hätten es, vielleicht heute werden wir neugierig, was ist ein Krieg? Was ist mit den anderen Streiten? Aber durch diese Erfahrung, die euch erlebten mussten, heute, der Mensch kann spüren und 100% wissen, was ist Frieden miteinander. Und vermeiden das, was nicht gefällt. Keine Macht dieses Kriege und dieses andere Volk vernichten oder unterdrücken. Diese Zeit ist gekommen, in diesem Ort des Welt, Deutschland. Weil euer Schicksal hat die ganze Welt prägniert. Es ist nicht nur Deutschland und die Geschichte mit Deutschland, es war ein Weltweitkrieg. Das bedeutet, Deutschland hat beeinflusst das ganze Bewusstsein der Erde. Und der Vorteil ist, dass heute, ihr können verstehen, dass das kein Weg ist. Sondern, dass ein neuer Weg ist, der Weg des Wandels. Und Wandel wird transformieren in Frieden. In das Zusammen sein. In das Zusammenkommen und zusammen zu verstehen, was der andere braucht, mitzufühlen der andere. Diese Ganze gibt mir die Möglichkeit, hier, ich muss suchen Menschen, die das verstehen. Und deswegen hier. Erstens, weil die Energie von hier kann schneller rauskommen, wenn hier der Bewusstsein sich so annimmt. Und es weiter, weil ihr die Erfahrung haben. Es ist so wie, meine Erfahrung haben ihr auch. Und heute, wie ihr nachkommen, können wir sagen, ja. Es ist vorbei, diesen ganzen Krieg und nicht mögen, unterdrücken, diskriminieren. Heute zeigen wir, wir sind eine Familie. Die deutsche Volk heute hat diese Aufgabe, zu zeigen der Welt, ihr sind eine Familie. Und das ist diese Schöne daran. Wenn die ganze Volk einmal sich bewusster macht, ihr könnt die Welt zeigen. Ihr zeigen so viele Medizin und Industrie und Chemie und so viele Sachen. Aber die Hauptsache in der spirituellen Welt, zu zeigen, dass ihr eine Familie geboren seid. Dass ihr das nicht mehr gebrochen könnt. Keine dunkle Manipulation von Energie kann euch beeinflussen, etwas in die Trennung zu gehen. Und das ist eure Schöne in dieser Geschichte der Welt. Unsere Chance auch. Ja. Aber auch Verantwortung. Ich werde mich wünschen, dass ihr euch verstehen. Vielleicht ist meine Sprache noch nicht so weit, dass wir zu einem Tag sprechen. Aber ich denke schon. Doch, wir verstehen dich ganz gut. Das ist mir wichtig zu sagen. Dieses Volk hat dieses Wunder zu der Welt beizubringen, weil die Erfahrung dahinter ist. Ja. Also aufgrund der vergangenen Erfahrung der Vergangenheit haben wir eine besondere Verantwortung. Haben aber auch das Wissen darum, was wir verändern können. Ja. Das ist zum Beispiel das, was ich schon noch dazu sagen könnte. Dass ihr, genauso wie wir, wir wissen, was ist passiert. Und wir können heute nach vorne gehen mit dem Wort Frieden, Liebe oder eine vereinigte Familie der ganzen Welt. Und keine Deutsche kann jemandem sagen, mach einen Krieg. Weil wir werden das nicht machen. Du hast selbst auch gesagt, dass dein Besuch hier in Deutschland auch dich selbst noch mal mehr geheilt hat. Dich mehr versöhnt hat mit deiner Vergangenheit. Stimmt das? Ja, das war ein großer Schritt. Und das andere Thema zu beenden. Um besser zu verstehen, die Publikum, wir sind niemals getrennt. Ich hoffe, dass jeder Mensch verstehe, dass wenn sie sich wieder erwarten, sagt, nein, aber was habe ich zu tun mit der Vergangenheit? Das wäre so egoist. Das wäre zu sagen, ich gehöre nicht von der Welt. Ich bin von irgendwo einfach gelassen. Heute sterbe ich wieder raus. Nein, wir haben eine Kette hinter uns. Mit mir laufen so viele Ahnen, bei denen selber ich bin heute. Und hinter ihnen auch und hinter jedem Menschen ist eine Verbindung, die untrennbar ist. Und in dieser Verbindung kann es sein, dass ein Krieg geworden ist oder ein Batschunes geworden ist. Und sie sind nur das Resultat dieser Vergangenheit. Und auf diese Gesetzmäßigkeit der Natur und der geistigen Welt kann man sagen, ja, dann weiß ich schon, was ich zu tun habe heute. Und was ich nicht möchte machen auch. Das ist vielleicht auch der Zuschauer zu verstehen, in dieser Weise, dass nicht getrennt. Selbst wenn jemand in einem kleinen Appartement sie einsperrt, der Appartement gehört von einem Boden und der Boden gehört von der Erde. Er ist nie getrennt. Kann man sich nicht trennen. Nur wenn man sich selber von der Erde raus schmeißt, aber dann ist der Kosmos in Galassie draußen irgendwo verbunden. Sehr schön, ja. Und das ist ja auch ein Wissen, das selbst in der Wissenschaft immer deutlicher wird, dass alles miteinander verbunden ist, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Ja, es ist ein sehr berührender Film und ihr geht jetzt sogar auf Tournee in verschiedene Städte und werdet dort auch jeweils sozusagen live anwesend sein. Ist das richtig? Ja, also das wird eine ganz, ganz aufregende Erfahrung. Wir hatten ja schon das Vergnügen, jetzt auf dem Kosmix-Szene-Festival dabei zu sein. Und das ist natürlich ein ganz gutes Geschenk, jetzt nach so einer langen Zeit. Eine weitere Pilgerreise, ne? Ja. Ja, also da jetzt auch wirklich in die Berührung zu gehen. Und schön, dass wir auch irgendwie doch mal ein bisschen was abstraktisch sind. Aber unser Wunsch ist einfach, das auch zu verbinden. Wirklich auch in die Begegnung zu gehen mit den Menschen, in die Berührung, auch durch Zeremonie. Also es soll einfach noch mehr werden als einfach nur diese Leinwand. Und ich habe auch wahrgenommen, dass gerade bei diesen Filmen, dass die Menschen eine große Sehnsucht haben, daraus ein Erlebnis zu machen. Also wo mehr dabei ist, weil sie sich da alleine auf den Schulzug setzen. Sie wollen auch wirklich dann in die Berührung gehen und Gespräche haben und sich austauschen und fühlen. Das ist unsere ganz große Erfahrung mit diesem Film. Wunderbar. Dann danke ich euch sehr. Ja, bitte? Sie haben mir gefragt, ich habe alles so wie euch eingeordnet. Ja, bitte. Sie haben gefragt, was sie mir beigebracht hat. Oder was ich habe eher gelernt. Und vielleicht ist es auch interessant zu sehen, was ein Mensch von einem fremden Land hier lernen kann. Ja, hier kann man auch viel lernen. Und von allen Menschen, die ich als Kind nicht gemocht habe. Weil ich die Visionen ganz klein und sehe, wie brutal war. Und alles, was weiße Gesichter waren, für mich war schon geprägt. Menschen mit weißen Gesichtern, gefährlich. Und das war auch für viele andere Freunde von mir, von anderen Städten, anderen Staaten, Dorfen, dass sobald wir spüren, was das bedeutet, unser Schicksal, haben eine Abneigung. Die wollen nichts, die sie näher haben. Und wenn näher ist, irgendein Interesse dabei, aber das Herz öffnet sie nicht. Und ich war einer von denen. Ich hatte auch klar meine Meinung, was das war, die Geschichte. Ich habe gesehen, mir hat niemand beigebracht. Der Vater Sonne hat mir gezeigt. Ich habe gesagt, das ist unsere Geschichte. Und das war traurig. Aber hier in Deutschland und in Europa habe ich angefangen, den Menschen zu lieben. Und kann man so sagen, dann hat sie das Herz geöffnet und zu sehen, dass wir eine Familie sind. Und die Farbe oder die Rasse oder die Herkunft spielt keine Rolle. Aber zuerst musste ich hier zuerst das lernen. Ich habe zum Beispiel am Anfang keine Fotos und keine diese ganze Maschinerie und habe gesagt, ja, sie kann das machen. Aber dieses Verstehen, diese Kultur, diese Art zu denken, für mich war fast unmöglich am Anfang. Ist das dann für dich sehr abstrakt, dieses Denken am Anfang gewesen? Oder sehr theoretisch? Oder wie würdest du das beschreiben? Der Unterschied? Diese abstrakt zu denken, ist lebendig. Meine Art zu denken. Nein, wie du unser Denken am Anfang empfunden hast, wie das für dich war. Oh, das war ein großer, wie ein Comicfilm. Weil ich denke anders als sie. Heute vielleicht können wir in eine Miete kommen. Aber am Anfang nicht. Am Anfang, wenn ich in Südamerika war, dann bin ich in meiner Welt. Dann ist es anders als hier. Hier muss ich mich übernehmen, wie die Gesellschaft verlangt oder das System verlangt. Und das ist sehr schwierig für mich, aber ich mache mit. Und als wir gepilgert waren, dann waren wir unter meiner Bestimmung. Ich wusste noch nicht, was es ist, die Kamera und die ganze. Und ich bin nur einfach gelaufen, durchgelaufen. Und sie, für diese Sache heute weiß ich, die muss ich vorbereiten, Kamera einschalten, quadern, diese ganze. Aber ich habe gepilgert. Und ich konnte das nicht verstehen, dass die muss in der Zeit gelaufen. Du musstest dann wahrscheinlich oft sehr schnell sein, oder? Ja. Es war einfach immer aus dem Moment. Man musste immer gleich vorbereitet sein. Er ist einfach gelaufen. Und wenn ich gesagt habe, du kannst vielleicht noch mal kurz irgendwie was wiederholen, das habe ich nicht bekommen. Dann sagte er, wieso? Das habe ich jetzt gerade gemacht. Das kann ich nicht noch mal machen. Daraus habe ich mich eingestellt. Weil ich wusste auch, das kann auch gar nicht anders sein. Und es hat trotzdem verstanden. Ja, es war sehr schwer. Und die Sprache. Ich konnte ein bisschen was, aber ich konnte nicht so wie jetzt. Und sie konnte auch nicht Spanisch so gut, damit sie mit mir alle Detaile sah. Und das war die Sprache, eine von den großen Problemen. Aber weil ich jeden Tag in der Früh meditiere, dann habe ich die Vision gesehen, ah, das wird, das wird, das wird ungefähr, und dann habe ich sie erzählt. Ja. Und sie hatte, die Schöne in dem Team und von allen in ihr war, dass sie hatte 100% Vertrauen. Dass sie mich vorher gekannt hat und gesehen meine Arbeit und meine Art zu denken und gefühlt von allen. Dann hat sie Vertrauen und wenn ich etwas gesehen, was die Sonne sagte, dann hat sie voll geglaubt und wir sind einfach durchgelaufen. Und wir haben immer auf dem Weg, wie Wunder, so wie alles geplant werden und alles gewartet hätten. Einmal Menschen, die etwas unterstützt haben und uns den Weg leichter gemacht haben. Und mit der Zeit, wir haben mehr gesprochen, ich mehr Deutsch. Mit anderen Menschen, das auch Kameraleut und alle, das ganze Team, haben mehr gesprochen und mehr gesprochen. Und das habe ich zum Beispiel auch gelernt und so kann ich besser, weil durch die Sprache kann ich auch besser verstehen, was ich meine. Und viele andere, die Nahrung und ich mache Fasten und sie essen und manche Sachen waren schwer, so nicht alles zu machen. Aber mit der Zeit, ich bin in dieser Welt gewachsen und nach mehreren Jahren natürlich, dann verstehe man alles, wie das Ganze funktioniert mit der Kamera und das ganze Drehen. Und dann habe ich später halt verstanden, das war wichtig, dass ich zweimal irgendwo stehe oder laufe, weil dann Bilder waren nicht da. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Es ist einfach eine wunderschöne Geschichte, die zeigt, wie schön es ist, wenn man voneinander lernt. Und der Film ist für mich auch so etwas wie, den Weg des Herzens zu gehen, daran zu erinnern, ist so wesentlich und so wichtig. Und die wirklich wichtigen Dinge, da muss gar nicht mehr viel gesprochen werden. Also deswegen berührt der Film einfach auch. Und dafür danke ich euch einfach für diesen schönen Film. Ich wünsche euch eine wunderbare Tournee und danke, dass ihr hier wart. Vielen Dank, Thomas, und die anderen. Danke.